Eine Welt in Trümmern. Wollen wir das? Der Mensch wird sich ändern müssen. Die Kulturstiftung des Bundes und das Haus der Kulturen der Welt rufen daher alle Bürger und Bürgerinnen auf, darüber nachzudenken, wie unsere Stadt so ein Modell für die Welt werden kann. Wenn alle mitmachen. Einzelpersonen, Familien oder Vereine. Klimapiraten. Das alternative Schulprojekt wurde die Anti-Fleisch-Liga. Alle Bürger und Bürgerinnen sind aufgefordert, ihre Ideen einzureichen. Eine Jury berät über die Anträge. Was heute noch auf Papier steht, ist morgen vollendet. Wenn alle mitmachen. Wir entscheiden heute stellvertretend für künftige Generationen. Erfüllt vom Willen zum Neuen. Vom Mut zu einem neuen Anfang. Auch scheinbar Unmögliches kann Wirklichkeit werden.